Im Westen werden vier Grundlagen des achtsamen Wandels so genannt. Erkennen, akzeptieren, erforschen und nicht identifizieren. Erkennen ist das erste Prinzip der Wandlung. Wenn wir in unserem Leben feststecken, müssen wir die Bereitschaft aufbringen, uns anzusehen, was ist. So als würde uns jemand liebevoll fragen, hey, was geschieht denn jetzt eigentlich? Antworten wir brüsk, nichts. Oder halten wir kurz inne, um die Wirklichkeit unserer Erfahrungswelt zu prüfen, hier und jetzt. Akzeptieren ist das nächste Prinzip der Wandlung. Auf diese Weise entspannen wir uns und nehmen an, was ist. Das ist wichtig, denn mit dem Erkennen kommt leicht eine subtile Form der Abneigung auf, ein gewisser Widerstand, der Wunsch, es wäre alles anders. Akzeptieren heißt nicht, dass wir nichts tun sollen, um unsere Lage zu verbessern. Doch für den Moment liegen die Dinge nun einmal so und nicht anders. Erforschen ist das dritte Prinzip, das sich ganz natürlich aus dem Erkennen und Akzeptieren ergibt. Zen-Meister Thich Nhat Hanh nennt dies Tiefblicken. Beim Erforschen konzentrieren wir uns auf die vier entscheidenden Bereiche unserer Erfahrung. Körper, Gefühle, Geist und Dharma. Diese werden auch die vier Grundlagen der Achtsamkeit genannt. Wenn wir ein Problem näher untersuchen wollen, etwas, das in uns brodelt, dann ist es klug, zuerst festzustellen, was in unserem Körper geschieht. Im nächsten Schritt machen wir uns bewusst, welche Gefühle mit dem Problem verbunden sind. Dann richten wir den Blick auf unseren Geist. Wir fragen uns, welche Gedanken und Bilder mit diesem Problem verbunden sind. Und wenn wir als viertes den Dharma näher betrachten, dann sehen wir uns die Prinzipien und Gesetze an, die unsere Wirklichkeit lenken. Damit aber kommen wir zum Prinzip der Nicht-Identifikation. Nicht-Identifizieren bedeutet einfach, dass wir aufhören, das Problem als Ich oder Mein zu betrachten. Wir erkennen, dass unsere Identifikation Abhängigkeiten schafft, Ängste und ein Gefühl der mangelnden Authentizität. Wir untersuchen jeden Bewusstseinszustand, jede Erfahrung, jede Geschichte. Bin ich das wirklich? Bald enthüllt sich uns das Offene, Augenblickhafte unserer Identität. Dann können wir loslassen und im Gewahrsein ruhen. Es ist zwar ungemein förderlich, aber anfangs auch erstaunlich schwierig, aufmerksam auf unsere Gefühle zu achten. Manchmal scheint es sogar unmöglich zu sein, Gefühle in dem Moment zu erkennen, in dem sie aufkommen. Das liegt vor allem daran, dass sie so schnell sind und in der Sekunde ihrer Entstehung unser ganzes Bewusstsein zu beherrschen scheinen. Die Folge ist, dass uns verborgen bleibt, auf welche Weise sie sich entfalten. Aus diesem Grund können wir nicht direkt damit beginnen, uns mit unseren Gefühlen auseinanderzusetzen, sondern wir müssen uns zuerst den Verhaltensweisen zuwenden, in denen sie sich nach außen hin zeigen. In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, sich das Einsetzen eines destruktiven Gefühls als eine Kausalkette vorzustellen, an deren Anfang ein äußerer Reiz und an deren Ende unsere Verhaltensreaktion darauf steht. Ziel der emotionalen Aufmerksamkeit ist es, unsere Achtsamkeit in diesem Prozess, der sich im Bruchteil einer Sekunde abspielt, mit einzubringen und ihn dadurch bis zu einem gewissen Grad zu beherrschen. Stellen wir uns beispielsweise vor, eine Tür fällt krachend ins Schloss. Darauf folgt die Wahrnehmung des Reizes durch unsere Sinne. Durch Hören, Sehen, vielleicht auch Fühlen. Das Geschehen ist ursprünglich rein physischer Art und frei von jeglicher Interpretation, doch diese tritt weniger als eine tausendstel Sekunde später auf den Plan. Hier kommt oft ein Element der Projektion oder der Übertreibung ins Spiel. Das im Bruchteil einer Sekunde gefällte Urteil so und so habe die Tür in beleidigender Absicht zugeschlagen. Der Interpretation auf dem Fuß folgt die emotionale Reaktion, vielleicht in Form von Wut, Verärgerung oder Gereiztheit. Und schließlich stellt sich, oft ebenfalls sehr schnell, die Verhaltensreaktion ein. Wir machen unserem Ärger Luft, indem wir etwas tun oder sagen. Wenn wir diese Kausalkette erst einmal verstanden haben, geht es darum, ihren Ablauf zu unterbrechen, indem wir uns fangen und den Faktor Aufmerksamkeit in den Prozess einbringen. Im Allgemeinen ist dies anfangs am leichtesten gegen Ende des Prozesses, zwischen der emotionalen Reaktion und ihrem Ausdruck im Verhalten. Wenn wir vertrauter sind mit dem Prozess und schon ein gewisses Maß an emotionaler Aufmerksamkeit entwickelt haben, können wir uns in der Kausalkette nach vorne arbeiten, bis wir so weit sind, dass wir das destruktive Gefühl gänzlich bezwingen oder auflösen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017